einen wunderschönen guten morgen mit der guten leute herzlich willkommen zurück zu ready den evil 7 biohazard wir haben ja letzten parts so ein bisschen verkackt und ich habe eigentlich gar keine munition mehr es ist doch zum ausrasten ich habe gar nichts mehr ich habe ich sehe gerade ich habe 0,00 gar nichts ich hab ich kann was soll ich denn mit dem ganzen blödsinn hier das sind münzebrei lieber dietrich kann ich ganz gut gebrauchen dass ich heute ausspüren wir einfach haben das könnte ich mir vielleicht mal jetzt gleich reinpfeifen okay das mal rüber das mal rüber und ich merke hat irgendwie stimmen ein paar audiodateien nicht also irgendwie fehlen ein paar ich weiß nicht was mit dem pc das ist ich muss demnächst echt mal wieder neu machen können irgendwas machen immerhin starke erste hilfearzt nein kann ich machen ich sehe so über passt eigentlich das frisst du jetzt mal ja müssen nämlich versuchen zu finden ja schaut sehr wie schnell wir auf einmal hier sachen finden können mua die man normalerweise gar nicht erst gekommen wäre ja nee ist klar piste ich habe piste ich habe wichtigeres zu tun als mit euch zu spielen gtigittigittigit nein 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 überall ist es egitigit auch egitig auch egitigit alter überall ist scheiß egitigit aber wenn ich so gleich noch mal so ein Vieh kommt dann bringe ich wo dagegen was ist da ich habe hier irgendwas gefunden wo ist schön ich hätte aber noch gerne das gott hier gibt so viel zeug ich faszinierend an wie viel sachen man vorbeiläuft da noch mal eine chemikalie hier ist auch noch etwas genau schütte die letzte option auch noch mehr drauf hier guck mal da guck mal da auch wenn das nix bringt was war hier ich glaube hier waren safe oder nee okay cool gab's hier nicht irgendwas isen alter du hast eine leuchtfunster aber da ist ziemlich ein das ist wirklich toll an die hier war das wo wir reingegangen sind und wir haben gesehen dass mia verschleppt wurde das hat uns natürlich sehr viel gebraucht hier aber da haben wir da bb die bb und nein 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 ja geht bin ich ja untergeplomst nachdem wir von mary poppins hier überfallen wurden ja ja diese telefone ey furchtbar hallo muss ich mit einer marmonie in verdammten käfern rumschlagen eine warnung wenn nicht schlecht gewesen ganz gefunden aber ich weiß was wir dafür brauchen ein kopf und arm einer d serie das kann nicht stimmt ein kopf ich glaube den habe ich irgendwo rumliegen das ist aber nicht wo der arm ist das ganze haus durchsucht nein noch nicht ich muss mich noch im oberen stock hier umschauen okay schau dort nach komm zum wohnwagen wenn du ihn hast alles klar wir brauchen einen arm ich glaube das ist ja auch brauchen einen arm finden wir jetzt einen arm das ist jetzt natürlich voll geil solange ich nicht hier terrorisiert werde von irgendwelchen mopeds viechern ist mir das gar nicht mal so unrecht hier also ich finde das gar gar nicht mal so schlecht hier mal durch die wohnung hier durchzueilen ohne dass wir hier irgendetwas ja bitte klappt jetzt irgendwo oder auch nicht komme ich hier rein das ist ein seil da ich nicht dieses über dem blammer von munition ich merke schon da ist irgendwas mit uns ein bisschen gerade verpackt aber ist ja nicht weiter schlimm so noch mehr flammer von munition mehr flammer von munition ist toll da ist was ich weiß ja nicht wo ich da hinkomme hier wieder so ein rätsel ich muss da was hinhängen die tür im alten haus die materialien den arm im ersten ok wo bin ich denn gerade ich im ersten ok ha 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 ja im endeffekt ist ja logisch ein kleines bin in der st ich muss hier irgendwas dran machen ich weiß nicht was ja geschein mit der tür verbunden zu sein ja nee was du nicht sagst mhm bitte ich weiß ja nie was in diesem spiel jetzt gleich wieder abgeht gleich kommt irgendwas wieder angerast okay erst und gleich im direk so boah spooky gibt es hier irgendwas irgendwas was uns weiterhelfen könnte oh nein nein ja what the fuck das ist Mary Poppins wieder ich hab sie genau gehört ich hab sie genau gehört ich weiß noch nicht wo sie ist irgendwo ist sie irgendwo ist sie die dumme Kuh muss ich da runter ich glaub ich muss da runter hab echt gar keinen bock da runter zu gehen Leute wir gehen da jetzt runter 3 2 1 Geronimo komm Eason äh was zum Teufel das ist neu ja das ist neu du 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 eason eason ist der Kammerjäger weil ich bin so toll Oh mein gott ich hab keinen Bock ich hab keinen Bock Oh Nein ey vielleicht kommt irgendwas in mein Gesicht reingesprungen Ach komm ich hab daraufggienc keinen Nerven er muss die Bekloppte hingekrabbelt weiß ich nicht wo ist das jetzt ein Hirn äh super super sehr schön ist irgendwas tolles was so gewächsgezielt und Schimikalien Münzen das ist ja fein weißt du was ich kann mir nichts machen okay cool warte jetzt kann ich um Dietrich ist bestimmt was tolles drin und eine Flammgranate das ist schön Flammgranaten sind schön Flammgranaten erleichtern uns das Leben Flammgranaten können wir ganz toll zusammen aber nicht wahr ich will da nicht runter gibt denn die Speicherstation so war schön Leute abwärts da gibt es hier nicht bitte eine Speicherstation und bitte ich mag nicht was ein Tor versperrt den Weg kloppt doch gleich hinter mir irgendwie auf das und nein dieses behinderte Spiel Gell so preis das ist nicht mal so aufs Sofa Das ist nicht genug Platz. Ich hab nicht genug Platz. Natürlich hab ich nicht genug Platz. Zub, 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 zub. Was bräuchte ich denn dafür? Die gelbe Chemikalien. Ey, super. Ich hab jetzt auch kein... Ach, der hat mich doch am Arsch halt. Ah! Alles klar. Alter, leck mich am Arsch, ey. Scheiß, die Wandern. Kommt hier rein, ey. Ja, wunderschönen guten Abend, ey. Ich war kurz vorm Erzstillstand. Ja, bitte. So, leck mich am Arsch, ganz ehrlich. Scheißspiel. Kack, Sau. Oh ja, wo bist du? Wo denn? Komm, Alter. Geh mir nicht auf die Nüsse, du Igittigitvieh. Da, hier, brenne. Kack, Sau. Ich bin dich Killeroma. Ich will mir jetzt hier fangen, oder was? Das hab ich eigentlich... Boah, Alter, ist das hier... Igittigit. Komm her, du Fee. Ja, du Fee. Wo ist es? Da. Da. Ist die Killeroma. Habst du gar keinen Bock da drauf? Nein, 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 Leute. Wir haben keinen Bock auf die Killeroma. Nicht wahr? Wir mögen Mary Poppins nicht. Wir wissen auch nicht, wo sie da... Boah, voll... Deivel, bist du eklig. Ähm, ja. Das ist schön. Ja. Ist das ekelhaft. Die, 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 die und die und die und die und die und die, die, die und die. Das ist so, was für eklig die Entwickler. Ich boll mich so, wie die Gaglio. Leselicalie. Klepp da mal hier runter. Jepia, 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 jepia. Die Olle kommt gleich wieder von irgendwo. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Wisst ihr was? Fuck. Die ist hier irgendwo. Leute, ich mag hier nicht sein. Piss dich, verpiss dich. Ich glaube, ich will wieder hier hoch. Und ich will wieder hoch. Ich glaube, ich muss ganz dringend mal hin zu einer Speicherstation. Ich muss ganz dringend zu einer Speicherstation. Ich brauche meine Schrotte. Ich brauche meine Schrotte. Ich brauche meine fucking Schrotte. Ich brauche meine Schrottflinteil. Herrgott im Himmel, Alter. Ich habe keinen Bock. Ich habe keine Lust auf sowas. Oh nein, I. Oh nein, noch mehr I. Aber. Ah, das ist. Oh ja, ist ja gut. Ist ja Gott. Auf dich habe ich kein Bock. Ist recht kein Bock. Fiss dich. Geh weg, geh weg, trenne. Super. Geh mir nicht auf die Lust. Fiss dich. Mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Und ich geh mir nicht auf die Eier. Und du auch nicht. So, ich muss hier kombinieren. Ich muss kombinieren, ich muss kombinieren. Ich habe nichts, ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts, Alter. Ich drehe durch hier. Alter, mein Schwein, Alter. Ich brauche... Keine Ahnung, Alter. Die kommt gleich wieder. Fuck, 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 fuck. Alter, wo geht es denn hier raus? Wo geht es denn hier raus? Alter, ich muss hier raus. Ich muss hier verdammt nochmal raus. Panik. Ist erlaubt, Panik zu haben? Alter, die macht mich tot. Die macht mich tot. Alles klar, ich muss geradeaus. Riesen, mach schnell. Schneller, schneller. Nein, da ist sie wieder. Mag dir nicht sein, Alter. Alter, wie komm ich hier wieder raus? Ja, das ist gut. Oh Gott, Alter, ey, bitte, Alter. Alter, ich weiß mir, scheißegal, Alter. Irgendwas zum Kombinieren, Alter. Ich brauch ein fucking, Alter, danke. Oh Gott, hier ist überall griechig. Nein, nein. Ihr seid lieb, ihr seid ganz lieb. Oh, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. I get, 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 i get. Okay, alles klar, Leute. Ich hab so ein bisschen Panik. Ich fänd nämlich den Weg hier nicht mehr raus. Komm, du Demi, Mistvieh. Oh, iiih, lass mich in Ruhe. Ich hab keine Zeit mit dir zu spielen. Ich hab deine, ich hab die Olle hier. Hier, brenne. Brenn, du Mistvieh. Komm, mach mich fertig, hier. Bitte, Alter. Geh einfach tot. Ist mir scheißegal. Messer dich, messer dich, du Vieh. Alter, ist das eklig, ey. Scheißegal, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Oh, das ist super. Jetzt kommt sie wieder. Schneller, 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 schneller. Also Leute, wenn jetzt gleich die Kamera ausgeht, nicht wundern, ja? Alter, ich... Ich will hier raus. Ich hab sechs... Ich hab sechs Schuss. Ich hab sechs verdammte Schuss damit. Weg gehen, Kleiner. Bleib doch hier. Jetzt mal. Ey, komm. Ja, Messer. Jawoll. Piss dich und lass mich in Ruhe. Alter, ich brauch hier was zum Bauen. Immerhin ist Schemikalien. Ist mir egal, Alter. Ich hab hier nur noch ein Buttermesser und diese dumme Olle bringt irgendwo rum. Wo komm ich denn hier raus? Wo komm ich denn hier bitte raus? Ich mag hier nicht sein. Ich mag hier nicht sein. Ja, ja, komm. Nee, super. Super. Mhm. Mhm. Hier ist die doch durchgefallen. Also... Ist hier doch irgendwo... Alter, ich... Olle ist überall. Das ist ja voll bei ihm mit dir. So, schnell wieder. Heidi, Heidi, Heidi. Sonst, sonst wird er so, dass sie zum Teil... Nein, es geht noch mehr, hier geht. Und die Kamera... Gleich wieder ausgehen. Und das wird mal begleicht. Ich werde es gleich hier. Jo, wenn du es beinigst, wie er dich, wettet dich, so, du bist wie er da, eklige Sau, ey. 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 Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Danke fürs Einschalten, Leute. Das war eine coole Runde. Ich bin tot. Wunderbar. Wir wissen, wie wir es mir nicht machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Herrgott im Himmel, ey. Macht mich nicht fertig. Danke nochmal fürs Einschalten. Ciao. Ciao. Ciao.